Mein Name ist Martin Wilhelm, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Cricotec GmbH mit Sitz in Krefeld. Wir konzentrieren uns auf Stromversorgungslösungen für Elektrolyseure zur grünen Wasserstofferzeugung. Dabei unterstützen wir unsere Kunden in der Planung, aber auch in der Umsetzung eben dieser technischen Lösungen zur Stromversorgung und helfen dabei mit intelligenten Systemen, dass wir die Netze stabilisieren und gleichzeitig unterstützen, eben mehr Elektrolyseleistung in das elektrische Netz zu integrieren. Mein Name ist Erik Hartmann, ich bin Mitgeschäftsführer der Cricotec GmbH. Ich möchte Ihnen kurz hier zeigen, welche Entwicklungen und Prüfungen wir in unserem Prüffeld durchführen. Hier in dem Falle haben wir einen Versuchsstand, in dem Leistungselektronik nach der Entwicklung geprüft wird, um dann zum Beispiel in Wasserstoffumbrüchtern oder aber auch erneuerbaren Energien eingesetzt zu werden. Wichtig ist für uns auch die Entwicklung und spätere Vorbereitung der Produktion solcher leistungselektronischer Schalter. Hier in dem Falle, das ist ein sehr interessantes Beispiel für den Einsatz in erneuerbaren Energien, hier speziell in der Windkraft. Und diese Bauteile und Baugruppen werden dann hier in solchen Teststätten später auch auf Herz und Nieren geprüft. Hier in dem Falle zum Beispiel unter Temperatur und mit unterschiedlichen Schaltverhalten. Was wir heute bereits sehen, ist, dass die Wasserstoffmärkte weltweit, aber im Speziellen tatsächlich auch in den Regionen Europa Fahrt aufnehmen. Projekte erhalten ihre Final Investment Decision und gehen nach und nach in die Realisierung. Im Speziellen mit dem Blick auf Deutschland sehen wir eben, dass die Metropole Ruhr, aber auch die Region Rheinland interessante, attraktive Wasserstoffregionen darstellen, bedingt sich einerseits durch die industrielle Ansiedlung, aber eben auch durch viele Utilities, die entsprechend in der Metropole Ruhr angesiedelt sind. Wir sehen parallel, dass sich die europäischen Headquarters vermehrt in Nordrhein-Westfalen ansiedeln, unterschiedlichster Elektrolysehersteller und somit sind wir überzeugt davon, im Herzen der Wasserstoffindustrie in Deutschland mit Krefeld ansässig zu sein.